Und das sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Raiko Schmidt, die 736. Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid am Samstagabend. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn bei euch geklingelt wird und ihr wisst nicht, wer unten vor der Haustür steht. Und das passiert bei mir deswegen, weil meine Wechselsprechanlage hier ist seit geraumer Zeit defekt. Und wenn es klingelt, wenn Freunde zu mir kommen, die rufen zuvor immer an, sodass ich immer genau weiß, aha, wenn es als nächstes klingelt, dann steht zum Beispiel die Simi vor der Tür. Oder dann steht zum Beispiel Herr Stoiber vor der Tür. Oder dann steht Dirk vor der Tür. Oder, oder, oder. Aber heute war es anders. Heute hat es geklingelt. Und es hatte sich niemand vorangekündigt. Ich konnte, wie gesagt, aufgrund der fehlenden Wechselsprechverbindungen nach unten nicht fragen, wer vor der Tür steht. Und habe aber auf den Türöffner gedrückt, weil ich zu faul war, runter zu gehen. Und schaute dann so durch das Treppenhaus Auge nach unten. Und dann kamen Unbekannte nach oben. Und in dem Moment schoss mir dermaßen viel durch den Kopf, wer das alles sein könnte. Es war ein Mann und eine Frau. Zu viel war von Weitem zu sehen. Aber es war nicht ganz klar, wer ist denn das? Sind es irgendwelche Kriminellen, die sich hier zutrittlich im Haus verschaffen wollen und mich ausrauben wollen? Oder sind das irgendwie Fahnder von der GEZ, die vielleicht nicht mitgekriegt haben, dass ich schon seit über 10 Jahren, 15 Jahren meine GEZ-Gebühr bezahle? Und die das vielleicht nicht in ihrer Datenbank haben. Es schießen einem die wildesten Dinge durch den Kopf. Und so viel Zeit zum Nachdenken hatte ich allerdings auch nicht. Denn vielleicht hat es 20, 30, 40 Sekunden gedauert. Dann waren die beiden auch schon auf der halben Treppe quasi vor meiner Wohnung. Und ich denke, diesen Mann kennst du, der da gerade kommt. Mit seiner Frau oder mit einer Frauenbegleitung. Und dann stellte sich ganz kurz darauf heraus, es war der Augenarzt, bei dem ich doch vor ein paar Tagen war. Und zwar am 23.08. war ich beim Augenarzt. Und ich dachte, wieso kommt der denn jetzt hier zu mir? Der hat mir seine Rechnung geschrieben. Und die, obwohl sie völlig korrekt adressiert war, an Reiko Schmidt, Straße richtig, Postleitzahl richtig, Stadt natürlich auch, ist diese Rechnung an ihn zurückgegangen. Und er wollte sich jetzt einfach überzeugen, er wohnt hier auch in der Nähe, er wollte sich überzeugen, ob ich, dass ich wirklich da wohne. Und brachte mir nun höchstpersönlich, Dr. Med. Carsten Stümke, brachte mir die Rechnung höchstpersönlich vorbei. Dann dachte ich, okay, wenn der gute Mann nun schon so lange auf seine Rechnung warten muss, aus welchen Gründen auch immer die zurückgegangen ist, ich kann es mir nicht erklären, kriegt es die Post tatsächlich nicht hin, richtig adressierte Briefe zuzustellen. Bloß gut, dass jetzt der Wettbewerb kommt und die Post auch zu ein bisschen mehr Qualität zwingt, und dachte ich mir auf jeden Fall, bezahlst du dem guten Dr. Med. Carsten Stümke seine Rechnung direkt in bar, dass er nicht noch länger auf sein Geld warten muss. Ich finde das ja immer wichtig, dass die Leute nicht zu lange auf ihr Geld warten müssen. Gut, die erste Mahnung warte ich meistens noch ab, aber ich meine 23.8. ist hübsch ein paar Tage her und er hat mir dann auch den Erhalt des Betrages auf der Rechnung quittiert. Ein Foto davon gibt es im Internet. Wenn wir gerade schon beim Thema Geld sind, ich habe heute wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Das erste Mal haben über 80 Euro in den Tank hineingepasst. Ist ein Kracher, dass die Mineralölindustrie so dermaßen ungeniert und unverschämt zulangt, dass man einen derartigen Rekord brechen konnte und ich fürchte fast, die Raffgier der Ölkonzerne ist ungebrochen und unvermindert unverschämt und deswegen werden die weitere Preise erhöhen und wir werden alle noch ordentlich bluten müssen. Ich glaube, langsam wird es Zeit, dass der Staat eingreift und den Energiekonzernen gehörig auf die Fingerhaut zerschlägt, was zu zerschlagen ist, für mehr Wettbewerb sorgt, wo es möglich ist. Ich bin eigentlich ein strikter Gegner des Staates oder sagen wir mal, dass sich der Staat einmischt in Wirtschaftsdinge, aber wenn man den blanken chinesischen Kapitalismus hier quasi wüten lässt, dann kann es für uns alle nur zum großen Nachteil sein. Würde mich sehr interessieren, was die Nachtzug nach Hamburg-Hörer darüber denken, gerne per Mail an nachtzug.email.de oder als Kommentar auf die Homepage für alle lesbar unter www.nachtzugnachhamburg.de. Da findet ihr auch ein Foto der Zapfsäule, die quasi diesen Betrag von über 80 Euro angezeigt hat, ausgepreist hat, wollte ich schon sagen, das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.